Hallo zusammen, ich grüße euch im Namen des Herrn Joshua Maschia, unser Herr und unser Gott. Willkommen zu unserer Sendung, die Stunde der Wahrheit. Wie ich das immer sage, die Stunde der Wahrheit. In der Stunde der Wahrheit geht es um Joshua Maschia, Jesus Christus, unser Herr und unser Gott. Die Wahrheit aus der Bibel. So, ich habe also ein Thema heute, das Thema heisst der pharisäische Geist. Halleluja. Der pharisäische Geist. Bevor ich das mal erkläre, Leute, möchte ich also kurz bitten. Joshua Maschia, danke für deine Liebe. Danke, dass du uns immer die Augen aufmachst. Danke, dass du uns also auf deinen Weg führst und immer befreit, täglich befreit. Ich preise deinen Namen, hebe deinen Namen, Joshua Maschia. Dein Wort sagt, wer die Wahrheit erfährt, die Wahrheit wird ihn freimachen. Halleluja. So, der pharisäische Geist. Der pharisäische Geist ist, will ich das so erklären, macht viele Gemeinden kaputt, zerstört, sogar Leben von vielen Menschen. Wir werden das also heute mal durchgehen. Was bedeutet das? Was ist das überhaupt, also dieser pharisäische Geist? Ihr habt es schon gesehen, pharisäische Geist, es hat also mit den Pharisäern zu tun. Es gibt also, Jesus sagte in Matthäus, Matthäus Kapitel 16, er sagte also, dass wir, ja, gehen wir einfach ein. Okay, ich lösen wir in Matthäus, Matthäus Kapitel 16, ich gehe mal ein, Matthäus Kapitel 16, Abvers 6, Matthäus 16, Abvers 6. So, Joshua Maschia, also hier habe ich die Version Schlachter, Jesus sagt hier in Matthäus Kapitel 16, Jesus aber sprach zu ihnen, habt Acht und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Also, wir müssen also aufpassen, aufachten, also auf diesen Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer. Dann gehe ich mal also in Vers 11, also die Jünger, Joshua hatten nicht verstanden, also was er damit meinte. Und deswegen kommt also die Erklärung ab 11, warum versteht ihr, Vers 11, warum versteht ihr denn nicht, dass ich euch nicht wegen des Brotes gesagt habe, dass ihr euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzeer hüten solltet. Also, die Jünger hatten nicht verstanden, die dachten also, dass Jesus Joshua hier von Brot meinte, aber dann hat er also die Erklärung gegeben. In Vers 12 sagt er, da sahen sie ein, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzeer. Halleluja. Also, Joshua Maschia hatte schon also die Jünger, seine Jünger gewarnt, hey, ihr müsst also aufpassen, pass auf auf diese Lehre, die Lehre von Pharisäern. Aber, was sind überhaupt also die Pharisäer? Was sind überhaupt die Pharisäer? Also, wir können das in Wikipedia suchen. Pharisäer, mache ich das mal auf, also wir könnten das in Google eingeben und gucken also, was das bedeutet. So, die Pharisäer, auf Hebrisch, Pharisäer bedeutet Abgesonderte, also die sind abgesondert, diese Menschen. Die Pharisäer waren also Menschen, die fühlten sich also richtig abgesondert. Und hier steht, die Pharisäer, auf Hebrisch, Abgesonderte, waren eine theologische, philosophische und politische Schule im antiken Judentum. Also, da waren also bedeutende Männer damals, also Politiker und Schriftgelehrte, die die Leute also das Wort gelehrt hatten. Also Menschen, angesehene Menschen, also Leute, die wirklich, also man hatte sie also als Vorbilder, also die waren sehr vorbildlich, also für viele. Und Jesus sagte, pass auf, pass auf, also hütet euch also vor, ähm, vor, 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 ihre Lehre. Pass, pass, pass auf. Und deswegen habe ich also diese Lehre heute, oder diese, äh, in dieser Sendung heute, der pharisäische Geist. Weiß, was ist das überhaupt? Das ist das eine Art und Weise, wie man lebt, wie man tut, alles, was man, ähm, aus diesen Pharisäern erfahren können. Alleluja. Also, es gibt also ein Kapitel, ein komplettes Kapitel in der Bibel, also Matthäus 23, wo, wo Joshua, die Pharisäer, äh, sprich also von den Pharisäern, dass sie Heuchler sind, also das ist so, so, die Pharisäer sind also Heuchler, die, die achten mehr auf die Formen, mehr auf, ähm, auf, ähm, auf diese Äußerlichkeit, und so weiter. Aber können wir lesen. Gehen wir mal in Matthäus, ähm, 23, Matthäus 23, äh, ja, Kapitel, Matthäus Kapitel 23, und, ähm, da redete, also Vers 1, da redete Jesus zu den Volksmenge und zu seinen Jüngern und sprach. Die Schriftgelehrte und Pharisäer haben sich auf Moses Stuhl gesetzt, also das sind Leute, die das Gesetz, ähm, die haben das Gesetz gefolgt. Alles nun, was sie euch sagen, das ihr halten sollt, das haltet, das haltet und tut, aber nach ihren Werten tut nicht, denn sie sagen es wohl, tun es aber nicht. Also das sind Menschen, die hatten, also das Wort, das Gesetz Mose gelehrt, die hatten das Gesetz Mose gelehrt und gesagt, ja, äh, tut das so, das Gesetz sagt das und das und das und das. Und die Leute haben das Wort bekommen, aber Joshua Mashiach hatte sie gewarnt, hey, hallo, diese Menschen, also die lernen das Gesetz, Mose aber tut nicht, was sie, was sie tun. Weil diese Leute, also die, 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 die erklären etwas, die lernen etwas, aber die leben nicht danach. Die sind selber nicht wirklich, also Folge, also das, ähm, das Gesetz. Die sind Heuchler, also Heuchler. Was ist also ein Heuchler? Heuchler ist also jemand, der, also eine, also wie, 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 jemand, der eine Maske getragen hat. Also wenn die Menschen da sind, hat er so eine bestimmte Maske, ein bestimmtes Bild, der sieht so aus und die Leute sehen so, aber wenn er zu Hause ist oder woanders ist, also nimmt er seine Maske ab und man, äh, und dort zeigt er wirklich sein wahres Gesicht. Wow. Heuchler sind also Darsteller gewesen. Heuchler sind also Schauspieler gewesen. Also das ist also ein, das ist also ein Heuchler. Und Joshua Maschia hatte mehrmals, also von, von diesem pharisäische Geist gesprochen und er hatte dagegen gekämpft und sagte, diese Menschen, diese Menschen lehren das Gesetz, aber, aber tun nicht, also das Wichtigste des Gesetzes. Gehen wir mal in Matthäus, äh, in Matthäus, nochmal, wir sind hier mal in Matthäus 23, ähm, Vers 23, Halleluja. Oh, Joshua Maschia, danke, dass du uns also die, die Augen aufmacht, Halleluja. Also, äh, 23, Vers 23. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Münze und den Anis und den Kümmel verzentet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Dieses, dieses, dieses sollte man tun und jenes nicht lassen. Also, Joshua sagte, ja, ihr tut das Gesetz, ihr lebt also nach dem Gesetz, aber das Wichtigste, das Wichtigste tut ihr nicht. Und was ist das Wichtigste? Nämlich das, also das Recht und das Erbarmen und den Glauben. Ich nehme mal also die BIM, die Version, die Version BIM in Matthäus, ähm, was war das noch, Matthäus, Matthäus Kapitel 23, ich blette mal. In Kapitel 23, Vers 23 möchte ich gern die Version BIM, BIM lesen, was es dort, was es dort sagt. Halleluja. Also, Matthäus 23, Vers 23. Wer euch, Schriftgelehrten und Pharisäer, Heuchler, denn ihr bezahlt den Centen für Münze und Anis und Kümmel. Und ihr lasst die wichtigen Dinge des Tora weg, Gerechtigkeit und Barmützigkeit und Treue. Liebe Geschwister, und Treue. Wow. Kennen wir mal also den Vers 25. Vers 25 sagt, ich mache das ein bisschen größer. Vers 25 sagt, Wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schüssel, innerlich aber sind sie voll von Raub und Maßlosigkeit. Blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers und der Schüssel, damit auch deren Äußeres sauber werde. Halleluja. Und hier erfahren wir also, dass diese Menschen, die haben also Wert auf bestimmte Sachen gelegt, dass Dinge, die so wichtig für sie waren, aber das Innere, Gerechtigkeit, Barmützigkeit, Treu, Liebe, Glaube, diese moralischen Werte hatten sie nicht. Vor den Menschen haben sie sich gezeigt, als sie so fromm wären und so weiter. Und die Bibel sagt, also die beten so, es gibt also eine schöne, Halleluja, danke, Joshua, Maschia. Es gibt also eine schöne Geschichte in Lukas Kapitel 18. In Lukas Kapitel 18, Halleluja. Lukas Kapitel 18, ab Vers 9. Lesen wir mal diese Geschichte, liebe Geschwister. Dieser pharisäische Geist ist so hinterlistig, also du denkst, es ist so gefährlich. Vers 9. Er sprach aber auch zu einigen, die auf sich selbst vertrauten, gerecht zu sein, und die übrigen ziemlich verachteten dieses Gleichnis. Also Joshua hat einfach dieses Gleichnis gegeben, weil es Menschen gab, also die Pharisäer, Menschen gab, die dachten, dass sie besser als andere wegen ihrer sogenannten Frömmigkeit. Weil sie so, sie dachten, sie dachten, sie wären gerecht und so weiter. Weil sie bestimmte Dinge getan hatten, weil sie bestimmte Sachen erledigt hatten. Hier steht also in Vers 10, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand und betete bei sich selbst so. Liebe Geschwister, hör mal also, wie dieser Pharisäer gebetet hatte. Oh Elohim, ich danke dir, dass ich nicht bin, wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal pro Schabbat und verzehnte alles, was ich erwerbe. Liebe Geschwister, guck mal, der Pharisäer gab an, so gut, so fromm zu sein, weil er so viel gebetet hatte. Oder, oder so, wie sagt man das, also weil er eine sogenannte Frömmigkeit hatte, er hatte wegen Gebet und Fasten und weil er so gibt, weil er das tun und das und das und das. Hm? Leute, die so viel Zeit im Gebet verbringen, die Bibel sagt sogar, diese Pharisäer, die haben so viele Wörter, die fügen ihr Gebet mit so vielen Wörtern, damit die Leute denken, die beten lang, 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 damit die Menschen denken, wow, diese Menschen sind so heilig, heiliger als andere, heiliger als die Geschwistern. Und, 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 vergessen das Wichtigste, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Liebe. Die geben an, kommen vor den Leuten mit gewissen, mit gewissen Kleidungen, weil sie sowieso, die legen Wert auf diese Äußerlichkeit. Die sehen so dünn aus, weil sie so lange gefastet haben, die sehen so wie verrückt, wie fertig, weil sie so beten, die beten lang, die machen so lange Gebete, die sind so mächtig, denken, dass sie mächtig sind. Und alle Geschwister, die Geschwister, die da in der Nähe sind, die fühlen sich so klein, vor solche Leute, wow, wow. Hm, ach, Joshua. Vers 13 Doch der Zöllner stand weit weg, wollte sogar die Augen zum Himmel nicht aufheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Oh, Elohim, sei mir dem Sünder gnädig. Hey, Joshua, Mashiach. Joshua, bitte vergib uns, Joshua, Mashiach. Was bringt es überhaupt, die Menschen zu zeigen, dass du so fromm, so stark, so groß, so mächtig bist? Joshua, Joshua sieht die Herzen. Joshua sieht unser Innerlich. Niemand kann sich also vor Joshua verbergen, verstecken. Man kann sich vor den Menschen verstecken. Aber vor Joshua, Mashiach. Hütet euch vor diesen Menschen. Renn schnell weg von solchen Menschen. Die denken, dass sie so gerecht sind, so stark sind, so fromm. Hütet euch vor solchen Menschen, weil sie falsche Lehre bringen werden. Herr Joshua, Mashiach, bitte hilf uns. Und Vers 14, Vers 14 sagt, ich sage euch, dieser ging in sein Haus gerechtfertigt hinab. Mehr als der andere. Habt ihr das, haben wir das überhaupt verstanden? Joshua sagt hier in dieser Geschichte, derjenige, der so war, der genau seinen Fehler, der genau erkennt, wie er innerlich ist, der geht gerechtfertigt von dem Herrn zurück nach Hause. Aber der andere, der so stolz, der fühlt sich, der denkt, er ist so groß, er ist so wunderbar, er ist so fromm, weil er so viel betet. Und solche Menschen sehen ihre Fehler nicht mehr. Solche Menschen fühlen sich also so perfekt, so gut, dass sie keine Fehler mehr machen. Und zerstören das Leben von vielen in der Nähe. Die Bibel nennt das also, es gibt also ein Wort für diese Art, dieser pharisäische Geist. Legalismus. Das sind Legalisten. Menschen, die denken, weil sie bestimmte Sachen erledigen, bestimmte Sachen tun, fühlen sie sich, also denken sie, dass sie, ja, die haben also eine Belohnung, weil sie A, B, C, D gemacht haben, ohne dass sie innerlich verendet werden. Die denken, dass das Heil durch bestimmte A, B, C, D Punkte, 1, 2, 3 Punkte, Schritte, wenn man das also erledigt, dann hat man also irgendwie diese Liebe Gottes bekommen. Aber, liebe Geschwister, so funktioniert das nicht. Joshua sagte hier, denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Halleluja. Der pharisäische Geist, der pharisäische Geist, also erkennt seine Fehler nicht. Denkt also, dass alle Menschen ihn mal so fromm sehen. Der pharisäische Geist, also denkt also, dass alle sich also untertarnen müssen. Der pharisäische Geist, also denkt, dass er so mächtig ist und lebt in der Lüge. Der pharisäische Geist, also denkt sogar, okay, er darf lügen und der Herr wird trotzdem mal so mit ihm sein. Nein. Joshua-Maschia ist die Wahrheit. Wer die Wahrheit liebt, soll sich also von der Sünde trennen, von der Lüge trennen. Der pharisäische Geist, also wir können das nur in Römer Kapitel, in Römer Kapitel 2 lesen. Wie, wie, was passiert also mit diesem, also mit dem Geist da? In Römer Kapitel 2, er ist war schon da oben. Halleluja. Römer Kapitel 2, Vers 17. Siehe, du nennst dich einen Juden und verlässt dich auf das Gesetz und rühmt dich Gottes. Und kennst seinen Willen und verstehst zu prüfen, worauf es ankommt. Weil, weil du aus dem Gesetz unterrichtet bist, also diese Pharisäer, die wissen das Gesetz. Der Name Pharisäer bedeutet abgesondert. Die sind abgesondert, die sind nicht wie das Volk. Das sind Menschen, bedeutende Menschen. Menschen, die das Gesetz verstehen. Menschen, die das Gesetz tun. Vers 19. Und du traust dir zu, ein Leiter der Blinden zu sein, ein Licht derer, die in der Finsternis sind. Ein Erzieher der Unverständigen. Ein Lehrer der Unmündigen. Der, der den Inbegriff, der Erkenntnis und der Wahrheit im Gesetz hat. Wow. Menschen, die das Gesetz richtig beherrschten. Menschen, die das Gesetz kannten. Die Tora. Die hatten die Tora. Und Vers 21. Nun also. Du lernst andere. Dich selbst, aber lernst du nicht? Hm. Du gibst das Wort an die anderen, aber dieses Wort darf man nicht also für dich anwenden? Du lernst die Menschen, aber du lernst dich nicht? Sagt Römer 2 hier. Du verkündigst, man sollte nicht stehlen und stillst selber. Du sagst, man sollte nicht Ehe brechen und brichst selbst die Ehe? Du verabscheust die Götzen und begehst dabei Tempelraub? Du rühmst dich des Gesetzes und verunerrst, doch Gott durch Überträgte des Gesetzes. Denn der Name Gottes wird um eure Willen gelästert unter den Heiden, wie es geschrieben steht. Liebe Geschwister, Es ist gefährlich. Dieser Geist, wenn dieser Geist also in dein Leben kommt, fühlst du dich also übermenschlich. Du denkst also, du darfst alles tun. Du stehst also über die Menschen, über die Geschwistern. Niemand darf dich also was sagen. Wenn du sowas siehst, in deiner Gemeinde, da wo du bist. Solche Leute, die sind so überheblich, die denken, sie wären schon also perfekt. Zeigen keine Demut, keine Barmherzigkeit. Immer fromm. Beten so lang, so lang, so lang, so lang. Ich habe nicht gesagt, dass lange beten schlecht ist. Das beten schlecht ist. Nein, versteht mich, liebe Geschwister. Weil diese Art of Legalism, diese sogenannten Legalisten, legen so viel Wert auf diese sogenannten Werke und räumen die Freiheit der Geschwistern weg. Nimmt die Freiheit von Geschwistern weg. Die Leute können sich also nicht mehr frei in ihrer Nähe fühlen. Haben Angst vor Gott. Haben Angst vor irgendwelchen Hexen. Haben Angst vor irgendwelche Hexerei oder irgendwelche Sachen. Man lebt in der Angst. Und die Freiheit, die Joshua-Maschia uns gegeben hat, durch seine Gnade, durch seinen Weg, wird von solchen Geistern zerstört. Dieser pharisäische Geist. Lieber Geschwister. Zurück zum Wort. Zurück zu Joshua-Maschia. Wer sich also selbst erhöht, selbst erhöht, wird erniedrigt. Aber wer sich selbst erniedrigt, das heißt, sich klein sieht, also vor dem Herrn, sich also als Diener sieht, der Wider so von unserem Herrn erhöht. Wow. Wow. Joshua-Maschia. Der Herr, so mächtig, ist ein Mensch geworden. Unser Elohim, unser Gott, ist also ein Mensch geworden. Um uns zu helfen. Zu befreien. Und da gibt es also Menschen, die stehen da dazwischen, wollen andere Menschen beherrschen, wollen andere Menschen führen, statt zu sagen, folgt Joshua-Maschia. Er ist der Herr. Hm, der pharisäische Geist. Der pharisäische Geist erkennt nicht seine Fehler. Der pharisäische Geist sieht nicht, dass bei ihm was nicht geht. Der pharisäische Geist also nicht, dass irgendwas stimmt nicht in seinem Leben. Der pharisäische Geist also denkt, dass alles in Ordnung ist, obwohl es nicht der Fall ist. Ach, Joshua-Maschia. Deswegen steht in Matthäus, Matthäus Kapitel 7, Matthäus Kapitel 7, Matthäus Kapitel 7, unser Herr sagt, Ach, Joshua-Maschia. Vers 15, Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafkleidern zu euch kommen, in wenig aber reizende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte. Der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Und deswegen sagt also Joshua-Maschia, dieser berühmte Vers, wir lesen das so oft, Vers 21, Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Ach, Joshua, Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Wow! Weiß von mir, ihr Gesetzlosen. Der pharisäische Geist denkt, ich habe doch das getan, ich habe doch das gegeben, ich bin doch so, ich bin doch, es ist doch alles bei mir in Ordnung. Oh, Joshua, es tut richtig weh, es tut richtig weh. Die denken also durch diese Werke, weil sie das getan haben, bestimmte Sachen erledigt haben, sind sie in Ordnung vor dem Herrn. Aber die Bibel sagt, in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, ohne Glaube können wir, Joshua, Maschia, unser Herr, nicht gefallen. Nur durch seine, nur durch unsere Glaube an den Herrn. Wenn wir in Demut gehen, wenn wir kennen, wie schwach wir sind, wenn wir kennen, dass wir Joshua, Maschia, so hart brauchen, wenn wir kennen, dass wir seine Liebe brauchen, ich werde hier enden. Erste Korinther Kapitel 13 1. Korinther Kapitel 13 Vers 1 Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Herz oder eine klingende Schäle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnisse und wenn ich allen Glauben besesse, so dass ich Berge versetze, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nicht. Nicht. Lieber Geschwister, Wie kann es sein, dass jemand so viele Sachen tut und ist trotzdem nicht, weil er keine Liebe hat? Vers 3 Und wenn ich alle meine Habe austeilte, also ich nehme meine ganze Habe und teile das also einfach aus und meinen Leib hingebe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Wow! Deswegen hatte Joshua Mashiach an die Pharisäer gesagt, also in Matthäus 23, 23, also ich tue das und das und gibt Zehnte und mach sowas, aber das Wichtigste von Gesetz, Barmützigkeit, Gerechtigkeit, Liebe und, 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 tut ihr nicht. Das ist das Problem von diesen Legalisten. Legalismus also lernt die Leute A, B, C zu erledigen und wenn man A, B, C macht, dann ist der Herr, dann ist der Herr, dann freut sich also der Herr, aber das ist nicht so. Unser Herr freut sich also, dass wir innerlich verendet werden, dass wir so klein in sein Gegenwart werden, dass wir den Geschwistern die Liebe auch weitergeben. Vers 4, 1. Korinther Kapitel 13, Vers 4, Die Liebe ist langmütig und gütig, die Liebe beneidt nicht, die Liebe prallt nicht, sie bläht sich nicht auf, also die Liebe ist nicht stolz, nicht so, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Ey, jemand, der plant, wie man also die anderen so und so manipulieren und so, ah, das Böse. Vers 6, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Halleluja, Halleluja, die Liebe freut sich an der Wahrheit. sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Joshua, Maschia, ich preise deinen Namen. Mein Gebet ist, dass wir alle diese Liebe von Joshua, Maschia erkennen und Arbeiter geben können. Was bringt uns überhaupt, uns so groß und so mächtig und so überheblich, also zu fühlen oder zu führen, was bringt es? Die Bibel sagt also, was bringt es, die ganze Welt zu gewinnen und seine Seele zu verlieren? Was bringt es? Herr, vergib uns, Joshua, Maschia. Vergib uns, Herr, dass wir deine Liebe vergessen. Vergib uns, Joshua, Maschia, dass du so klein geworden bist. Du bist also ein Mensch, du bist ein Mensch geworden. Deine ganze Macht, Herrlichkeit, hast du erst beiseite gelassen und ist zu uns gekommen als Mensch. 100% Mensch, 100% Gott. Joshua, Maschia. Herr, vergib uns, gib uns die Kraft, mit dir weiterzugehen. Herr, bitte vergib uns. Vergib uns, dass wir dein Werk von alles sich haben. Vergib uns, dass wir das Werk hier in Deutschland von alles sich haben. Vergib uns, Joshua, Maschia. Vergib mir, Herr. Vergib mir. Amen.